hey leute was geht kann hier bei spülen apps und games geht weiter mit unserem minecraft projekt leute wir waren beim letzten mal hier stehen geblieben das hier ist der adventure park vom freizeitpark hier vorne der wasserpark achterbahn und so kommt ja auch noch also wir haben hier mit dem wasserpark angefangen da kommen auch noch ein paar sachen hin wir machen jetzt erstmal bevor wir hier alles verfeinern weiter aber ich zeige euch hier noch mal kurz unseren wasserpark als erstes also klar kommt noch eine mauer drumherum also hier haben wir rutschen nummer eins hier ist noch die spaßzone hier im wasserpark nicht nur ein bisschen mit einem schönen wasserfall so dann haben wir hier ein sprungbrett hier haben wir sprungbrett genau so und wer nach dem sprungbrett hier weitermachen will gibt es dann so eine tür nur auf eigene gefahr mit schild und so wie gesagt das kommt erst am ende erstmal muss hier alle stehen der kommt hier in den abenteuerpark und der beginnt hier leute mit der fall tür so muss hier durch du du nach oben na so und dann kommt das erste adventure so ich werde natürlich versuchen also es gibt hier einmal rot und einmal blau so und bei rot tun wir jetzt wasser rein aber ich habe das jetzt noch mal so ein bisschen ausgehoben leute ich würde ganz gerne hier außen würde ich eher hier müssen wir es auch noch machen also die blöcke entfernt je nach kommt nichts mehr können wir da nicht untergehen das ist aber auch nicht schlimm so hier kommt jetzt ein häuschen und eine tür hier vorne warum damit man einfach nicht sehen kann wo das ding denn hinführt und am besten auch nicht wo man hier drauf ja genau so also hier soll wasser rein aber vorher was nehmen wir dafür was nehmen wir dafür gibt es irgendwelche wolle nein was nehmen wir denn da wie sollen wir das denn gestalten am besten frage ich mich gerade holz aber was das mit lava das wird das was ausmachen ich nehme glaube ich mal hier eisenherz bis wie wir es eben hier hatten also hier so nach oben hier ist das hier vernünftig hinbekommen wir gehen hier durch hier so 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 Hier kann man schon durchgucken dann, genau. So, hier ist die Tür, ne? Aber wie... Aber wir müssen das mit irgendeiner Falltür hier machen, aber mit irgendeinem Schalter am besten. Hm, ja, warte mal. Nee, komm, ich brauch jetzt Tag. Also, doch ein bisschen komplizierter hier. Hätte ich gar nicht gedacht, Leute, dass es doch so kompliziert hier wird mit dem... Nee, das brauche ich nicht. Irgendwann doch Zoom's auf jeden Fall werden. Jetzt kommt hier noch eine Tür rein. Also, jetzt hier rüber gehen, ne? So, 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 so. Das muss natürlich hier alles so... Na, das dauert doch schon seine Zeit. Ich muss mal kurz meinen Timer checken, Leute. Na, damit es hier, wie immer gesagt, so 20 Minuten wollen wir pro Folge machen jetzt. Den muss ich auch meinen Timer checken. Ich kenn' ja nicht die Zeit ziehen, so wie ihr. So, okay. Machen wir hier auch noch zu. Äh? So, okay. Also, bekomme ich hier rein. So, wie sieht's denn jetzt aus hier mit einer Falltür? Aber dann kann man doch da durchsehen, oder nicht? Das möchte ich hier eigentlich nicht. Ähm, besteht da irgendeine andere Möglichkeit, dass... Also, wenn wir jetzt hier reinfallen. Wer soll's hier eigentlich... Und hier soll man dann schön durchsehen können. Hm. Also, hier ist einmal Lava und hier ist Wasser. Aber normalerweise... Hm, 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 hm. Jetzt will ich ja sehen, das ist das Problem. Na, da, da, da. Hm. Hm. Das müssen wir nochmal überlegen. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Aber wir können ja schon mal Folgendes machen. zwar würde ich noch folgendes mal hierbei der die erste etappe ist eigentlich hier da kommen wir direkt ja hier was ist wenn wir hier runterfallen oh nein oh man nein das mache ich nicht sind hier jetzt los das wollte ich gar nicht das ist sie runter natürlich sein na egal ich will folgendes schon damit klar habe ich mir hier schön was ganz ganz toll gemacht ganz ganz toll also hier geht es ja so weit normalerweise darf man von oben ja nicht so hier machen wir es jetzt wie folgt hier nehmen wir jetzt holzbrotter zwar die hier ich gucke mal von wo also von hier jetzt Ach nee. Ach nee. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger geworden, tut mir leid, Leute, aber ich muss mich hier halt mal ein bisschen konzentrieren, ja, ja, ich krieg's immer wieder neu hin. So. Alter! Nicht dein Ernst. Sorry. Ja, ab und zu passiert das halt. So, okay, also wir fallen hier rein, dann gibt's hier, oh, es wird schon wieder dunkel. Ich muss gleich mal wieder auf meinen Timer schauen. Ja, man kann's da schon so ein bisschen, ja, wobei, da muss ich mal gucken, da kommt ja noch wasser. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So. So, es wird mich schon wieder zu dunkel. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, wir liegen gut in der Zeit, Leute, ein paar Minütchen habe ich schon noch heute, oder jetzt, sind auch schon ein paar eklige, fiese Monster dran gelandet, aber gut, um die kümmern wir uns später, also, so sieht es jetzt bisher aus, das würde ich gerne weg haben. Um, also, so, 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 so. So, 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 so. Und ich hatte gelesen, ja, wir können das hier in irgendeinen Server packen, werde ich euch dann auch noch reinpacken, wenn es dann mal irgendwann fertig ist, wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern. So, also, damit hätten wir das hier fertig, wir springen hier runter, ich hoffe, das klappt jetzt, probieren es mal. Aber eigentlich ist hier Glas nicht so vom Vorteil, so, das muss ich auch noch mal umändern. Also, hier, okay, dann geht es hier weiter. Also, das mit dem Lava-Haus, da muss ich jetzt noch mal gleich gucken, für das nächste Video dann, wie wir das hier am besten machen, irgendwie so eine Falltür mit, sieht es denn aus mit einem Hebel, würde das hier funktionieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und wenn wir hier so eine Falltür haben, oder was, kriegen wir die denn hier an? Das würde mich mal interessieren, wie wir den Hebel hier mit verbinden können. Ja, aber, wie können wir das denn hier mit dem Lava am besten machen? Ohne, hm. Muss ich nochmal gucken, ob man irgendwo, aber man hört das ja auch schon. Also, eigentlich muss es viel, viel tiefer sein. Hm. Sollen wir es vielleicht dann doch so machen, dass wir hier so eine gerade Strecke draus machen? Wisst ihr? Und dann auch hier mit einer... Ah, ja, das könnte eine Idee sein. Ja, ich glaube, so werden wir das machen. Ja, ich glaube schon. So, Leute, also. Im Abenteuerpark geht es weiter. Na, wir haben jetzt hier schon so ein Lava-Haus gemacht. Na? Aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier mit. Mit unserem Lava-Haus hier. Oder was sagt ihr, Leute? Also mir gefällt es dann doch schon. Na? Hier das Lava-Haus. Was sagt ihr, Leute? Schreibt in die Kommentare. Wenn ihr euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr euch gefällt, dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal. Ciao, euer Kahn.